Dieses zum Kauf angebotene neuwertige Fünfzimmer-Einfamilienhaus befindet sich in Münster. 2010 wurde dieses Drei-Etagen-Haus erbaut. Das Haus verfügt über drei Garagenparkplätze. Es hat vier Schlafzimmer, ein Badezimmer und eine Gästetoilette. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 436 Quadratmetern weist das Gebäude eine Wohnfläche von ca. 142 Quadratmetern auf. Der Kaufpreis des Objekts beläuft sich auf 569.000 Euro. Kontaktieren Sie uns. Für die Vereinbarung eines Besichtigungstermins stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.